ja hoi Leute, hallo heute schon hier zu einem kleinen Info-Video, ja es gibt noch was zu besprechen mit euch und ja, legen wir los und ich kriege schon mal eine Nachricht, super, ein guter Name, auf jeden Fall wir haben uns geeinigt, wir drei, dass der Ablobplan für der nächsten Zeit abgestellt wird warum, also wir haben gedacht, weil wir, weil manche in der nächsten Woche nicht da sind manchmal ist der in der Woche weg, manchmal ist der in der Woche weg und bla 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 dann müssen wir ziemlich viel vorproduzieren und es kann auch sein, dass wir es nicht wegen der Zeit, Schule, Arbeit, was auch immer, nicht funktioniert dass wir vorproduzieren, genug und dann müssen der oder die zwei halt noch mehr aufnehmen oder Ersatz für die Sache machen, die der andere hat und ich kriege schon wieder eine Nachricht, oh man ich hoffe, ich höre es nicht auf jeden Fall der Ablobplan ist abgesetzt erst einmal, wir laden die Folgen hoch, wann wir wollen wann wir können also jetzt zum Beispiel Heroes of Storm kommt ja eigentlich Donnerstag 18 Uhr es könnte jetzt auch am Montag kommen oder am Samstag oder Sonntag oder Dienstag, was auch immer genau wie Warface kann auch an einem Tag kommen, wann ich halt Zeit habe und wann das hochgestellt ist und online ist hochgeladen auf jeden Fall und wir öffentlich stellen können werden aber auf jeden Fall zwei Folgen jetzt habe ich es zwei Folgen pro Tag eine Folge es kann auch sein, dass wir keine Folgen in einem Tag haben weil wir einfach keine Zeit haben oder es einfach vergessen haben oder keine Folgen haben weil es auch ein bisschen mehr erlastet entlastet genau, entlastet uns ein bisschen wegen Zeitdruck und bla 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 weil ja jetzt auch Schule losgeht also bei mir zumindest Foto muss viel arbeiten und lernen ich muss lernen Sven muss lernen arbeiten whatever und das ist halt ein bisschen problematisch dass wir halt aufnehmen also natürlich wir könnten es vielleicht weiterführen aber wir haben uns dazu entschlossen dass wir diesen Abwehrplan absetzen wir laden Folgen hoch veröffentlichen sie wann wir sie wollen auf jeden Fall kommt nur ein Spiel pro Tag also Hotz kann jetzt darf jetzt also haben wir gesagt kann jetzt nicht wird auch nicht in zwei Folgen kommen in einen Tag wie gesagt jetzt machen wir nicht wenn dann dann Dienstag oder Mittwoch ist jetzt noch ein Beispiel auf jeden Fall sind die Zeiten jetzt erstmal dahin vielleicht werden wir das wieder einführen vielleicht auch nicht weil wie momentan aussieht haben wir nicht so viel Zeit so viel vorproduzieren weil der nicht da ist dann muss der spontan ausfallen dann können wir das nicht aufnehmen blablabla die Planzeit wird auch natürlich regelmäßig kommen das ist klar ähm vielleicht werden auch andere Projekte gemacht die halt jetzt andere Tage kommen ja weil wir jetzt auch wir haben jetzt auch viel mehr Möglichkeiten andere Sachen zu machen weil wenn wir jetzt nur den Abwehrplan folgen dann können wir auch nichts für machen weil okay wir können vielleicht was absetzen aber ist auch nicht schön und bei einem freien Plan wo wir entscheiden können was wann wie äh hochkommt oder veröffentlicht wird ähm haben wir dann die Möglichkeiten mehr Sachen zu machen andere Sachen zu machen euch zu zeigen ähm andere Spiele ähm ab und zu reinzubringen zum Beispiel Eve mal ab und zu reinbringen was Futur mal ab und zu gemacht hat ähm macht jetzt auch oder andere Spiele die er machen will oder ich oder Sven oder wir alle dritt oder nur zwei oder so das ist halt äh entlastet uns ein bisschen und kann uns ein bisschen freier Raum geben unsere Möglichkeiten und äh keine Angst die Barface PlanetSide Heroes of the Storm äh Pvz Garden Warfare werden weiter bestehen und Minecraft natürlich auch die werden weiterlaufen nur vielleicht in unterschiedlichen Tagen äh kommen wann wir halt wollen es kann auch sein dass zwei Tage nichts kommt weil wir auch keine Zeit haben keine Folgen haben whatever äh ja und das äh entlastet uns ein bisschen und gibt uns auch ein bisschen Freiheit und könnte vielleicht euch mehr Content bringen mehr Folgen mehr andere Sachen halt reinbringen weil jede Woche immer das gleiche Konstante ähm ja ist vielleicht gut dass man da weiß was kommt und was man vorbereiten muss aber beim freien Plan kann man sagen okay wir haben keine Zeit bringen wir an den Tag keine Folgen dann können wir an den Tag zwei Folgen bringen oder eine Folge nur wenn wir halt nicht genug haben dann bringen wir halt nur eine Folge wenn wir halt keine Zeit hatten was zu machen auf jeden Fall äh das wollten wir oder ich euch sagen zu einem kleinen Infovideo vielleicht ein bisschen länger geworden aber macht nichts kann auch nicht schaden das Update Video also das Infovideo kommt so schnell wie möglich online dass ihr es auch wisst weil das ist schon jetzt bekannt wo ich das aufnehme das ist heute beschlossen kann auch sagen dass es erst einen Tag später kommt das Infovideo mal schauen wie mein Internet so ist äh und dann würde ich sagen wir sehen uns das nächste Mal zu einer weiteren Folge von Jürgen etwas Planzeit 4vz hier ist das Storm Warface oder 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 whatever und ich sage bis dann und ciao bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Vielen Dank.